ich schau uns jetzt hier noch mal vier evap tanks in die sagung wo hier na oben beim evap wo sonst woanders passen die ja nicht muss nur aufpassen dass die jetzt nicht scheiße die werden connecten ich weiß wie ich das verbinde wir haben noch die evap base mit den dingern kannst du die auch verbinden hier ich brauchte dafür noch sticks genau und das haben wir das vier mal und okay ich kann nur zwei tanks herstellen es fehlt bronze ja die bronze kannst du schnell machen ähm außer die haben keinen kupfer mehr wovon ich nicht ausgehe das war ein tin 3 kupfer also hinton tinten tinten 15 10 15 30 45 so das und das das kann da raus das da rein so die dinge haben wir jetzt hier auch fertig quest fertig das waren nämlich die dinger des overclocked upgrade kannst du dann ja suchst dir einfach eine maschine aus wo du es rein haust was macht das denn schneller ja gibt es ist ein sonat speed upgrade ich würde in den elektroanalyzer hauen da hau ich mein es jetzt rein können da mehr als einer vier stück insgesamt okay es gibt mehr warte mal oh das gibt mehr energie speicher von 40 auf 80.000 geht der jetzt so hoch ja gut damit muss es in den aktualizer damit muss es da rein kommt drauf an die rolling machine hat opus 40.000 damit die verwenden wenn der kompressor hat nur 4.000 ja such dir einfach aus wo du ihn rein wirfst wir haben ja noch andere maschinen wo sie reinpassen so dann mache ich jetzt so schnell hiervon mal acht stück muss reichen für den anfang das war falsch ja bronze ist da oben dann hier hinten einmal da aufbauen dann hier hinten einmal da aufbauen ääaah mhm 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 das sind es schon wieder mhm 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 sooo mhm mhm Und Bronze. Die nächsten 2 Tanks. Jetzt haben wir hier oben 8 Tanks am EFAP dran. Jetzt brauch... Warte, du wolltest das Machine Casing von Thermal Expansion, glaub ich war's. Ja gut, ich geb Machine Casing ein und der findet das einfach nicht. Hat das überhaupt Machine... Oh Mann ey. Warte, Casing... Es gibt nur das Machine Casing von Refund Storage. Machine Frame, Frame Casing. Machine Frame, daaa... Molten Steel, das kriegen wir... Aus dem Bottler. Und das am besten natürlich schon... Oder aus dem Fluid Transposer. Ähm, warte mal, warte mal, da war irgendwas mit dem Fluid Transposer. Jaja, den müssen wir bestimmt noch herstellen. Ja, davon brauch ich auch noch Redstone. Oder... Ja, damit mach ich noch... Unstabilized Redstone. Dafür brauchst du aber einen Machine Frame, das heißt... Wir müssen Molten Steel und Bottler herstellen. Ähm... Zip, Ryzen Can, Latex Can, bla bla bla, haben wir sogar alles. Ist ja auch gar nicht schlimm, weil dann kannst du diesen komischen Bottler gleich nach hinten anbauen. Also, dass man den nicht wieder... Den brauchen wir ja nicht wieder. Kann man das mit dem Steel automatisieren. Warte mal, warte mal, warte mal... Ähm... Geht das nicht auch noch anders? Genau, hier braucht man nämlich den Sawdust. Wir können Flop Molten Steel herstellen. Was bitte? Magneter... Magneter... Flop... Flop... Hä, der wird mir angezeigt, aber den kann man nicht herstellen. Interessant... Magmetic Flop... Filled with a Fluid Transposer... Ja, gut... Ich versuche mal was anderes... Mit Stahl... 1, 2, 3, 4... Dazu muss ich... Stahl kannst du schmelzen, aber wie willst du es wieder rauskriegen? In geschmelzener Form... Ähm... Ich suche Endermans und wo ist er? In unserer Base. Er war in unserer Base. Er war in unserer Base. Toll, ist weg. Er war in unserer Base... Stimmt, so kann man das machen. Ich gucke nur, ob das klappt. Es kann nur sein, dass es nicht funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, haben wir gleich eine Casing Form für Buckets. Aber es sollte eigentlich funktionieren. Abgesehen davon, dass das nicht reicht. Das waren 4 Ingots. Jedes Ingot macht... 100 glaube ich, oder? Ne, kann nicht sagen. 150 ungefähr. Und du brauchst ja 1000. Also... Jetzt bei 300... 600... 900... 900... 900... So, dann das hier nochmal rein, damit ich zwei Eimer voll Krieger... So... Jo... Äh... Babababababab... Dann hätten wir das nämlich auch schon mal. Äh... Machine Frame... Glas hab ich noch im Inventar... Ich brauche äh... Dingsbumsgedöns... Das ist was? Ähm... Bauxedust... Bin ich gerade am Herstellen... Quasht gerade... Redstone... Und... Gold... 1, 2, 3... Danke... Nix machen... Nix machen... Nix machen... So... Ja... Ich hab... Einmal voll... Steal... Läuft... Sag mal... Vier Ingots und ein Nugget drinne... Also ist nicht ganz... Ich bin erstmal essen... Jo... Bis dann... Ähm... Vier... Hau mal die auch noch rein... Und oben müssten wir sogar noch Stahl haben... Wenn mich nicht alles täuscht... Japp... Ähm... Zwei... Vier... Sechs... Und die hier noch... Dann ist das Bronze draußen... Ähm... Das Ding ist auch fertig... Jo... Das ist raus... Scheiß drauf... Ja... Und das jetzt mal so rein... Das kommt dort hin... Bronze... Das muss man zu dir upgraden... Eins... Zwei... Drei... Vier... Ich hoffe so viel Wasser ist hier drin... Japp... Dann haben wir das, das und das, die Titaniumplatten kommen dann gleich noch, dann muss man noch das herstellen, 4 davon, 1, 2, 3, 4, dann 4 Glow, 4 Red, 4 Blau, 1, 2, 3, 4, wir haben kein Glowstone mehr, 2, 3, 4, wir haben einfach kein Glowstone mehr, sowas, sowas. Da haben wir Glowstone. Einmal so, einmal so. So, so, so. Und damit wir auf der sicheren Seite sind. So. Ja, la war Sek. Jo, äh, Glowstone, Glowstone, Glowstone. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Das da rein. Ähm. Ja. Machen wir nicht den Tank hier gleich voll damit. Ah. Da, 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 da. Was jetzt? Jetzt da wieder. Detailhammer Iridium müsste man glaube ich auch schon einen haben. Emerald plates, ich brauche drei, sechs, neun, zwölf emerald plates, zwölf, vierundzwanzig, vierundzwanzig, äh, das, das, das war glaube so richtig angeordnet, ja, ach du scheiße gehen die dinger flöten, soo, äh, das ist sehr gut, was habe ich gesagt, drei, sechs, zwölf brauche ich, nein, okay, wie stellt man diese Kackplatten her, ähm, im Kompressor, emerald dust, oder aber block of emerald, emerald dust, ja, geht da drin, sehr schön, äh, das Teil kommt da hin, so, bauxit, kommt hier rein, ja, gibt mal zwei Brezel her, Das kommt da, das kommt da, das kommt hier rein. Der Mist kann weg und dann muss es in den Kompressor, der ist dort und die Maschine ist schon wieder leer. Da kriege ich aber nur EINE raus. Ich brauche ja zum Glück nur EINE. Wo hat der Darko das Teil reingeschmissen? Nirgendwo alle noch im Inventar. Vor allem hier haben wir noch welche, schön. Egal, lieber zu viel als zu wenig. Das, das, das und das. Das. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. So. Latex haben wir ja. Okay, Stahl ist, also wir brauchen noch ein Inget. Haben wir noch ein Inget. Anscheinend nicht. Ein Titanium müsste noch hier drin sein. Da müssen wieder Blöcke rein, die wir hier drin haben. Nein, die irgendjemand geklaut hat. Und jetzt. Nochmal halt so. das ist wieder 1 ich brauche ein paar mehr der kommt dann einfach wieder nicht hinterher schade schade 2 3 4 5 5 6 Oh, das ist gut. das müsste erst einmal reichen würde ich sagen und den rest sehen wir dann in der nächsten